Hey yo, was geht auf YouTube und jo, herzlich willkommen zum ersten EV-Video auf meinem Kanal. Ich wollte jetzt hier noch ganz kurz vorher was sagen und zwar ist das ein Live-Kommentary, ich hatte aber nicht vor, live aufzunehmen, ich hab eigentlich nur auf Clips gespielt und hab nebenbei noch meine Facecam aufgenommen, halt falls ich irgendwas erspiele und so ist es halt auch gekommen. Deswegen werdet ihr auch am Anfang sehen, als ich ganz gut abgegangen bin, da hab ich einfach mal Musik hinterlegt, weil ich kaum geredet hab. Er hat mir fast eine Double-Nuklear erspielt, glaube ich, also ich war irgendwie nochmal auf 20er-Streak von den Medaillen, aber jetzt, ich hab nicht mit dem Nuke-Perk gespielt, sondern mit einer anderen Waffe, beziehungsweise mit einer anderen Variation der Waffe. Und ja, ich kenn mich halt mit dem Medaillen noch nicht aus. Dann wollte ich noch ganz kurz für die Leute, die mir nicht auf Facebook oder Twitter folgen, sagen, dass ich nicht mehr im Ruin-Klan bin. Ich mach jetzt einfach Solo mein Ding, hab aber noch zu allen Männern ganz gut Kontakt und hab mich auch mit niemandem verstritten. Aber für mich ist jetzt einfach der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach Solo mein Ding machen sollte. Bin dann jetzt momentan da dran, den Twitch-Channel umbenennen zu lassen und ja. Dann würde ich sagen, euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, ich hoffe, euch gefällt's. Lasst nur Bewertungen, da würde ich mich mega drüber freuen und haut rein. I'm fucking up the game till I'm Richard, nigga, it's nothing. I'm sitting with the substance to add some depth to my vision to leave you on a prism within the holes in my prism. I try angles to shine in you, niggas glisten. Nein, kann ich nicht mehr. My flow is perfect and different. Certain you listen and see that you're perpendicular, not parallel to my worship, but you're a visitor. And this is my house, nigga, this is Kronthouse. It's my time in five minutes and time out. So watch me, just time's him, then chime out. I'm cocky and violent, but I doubt anybody topping the kid. He'd be molestin' the session, guessin' the topic is him. I grew a fatherless wrong, tolerant, violent and piss. But now I'm sonning these rappers, cause I'm as hot as it gets. Ah, stand in the center of supernovas and meditate and wait for a challenger. Who can hold up a neighbor without Cain, I'm saying it loud, hoping that they can the mountains, enemy laying the mouth painfully. So maybe we can run to a session, run our life inside these lyrics with some fucking aggression. Show the world that we go make it, we don't love the attention, but we just run and walk in one and all the fucking ascension. Prepare for revelations, my penmanship is a testament to my demonstration. I said amazing, we're letting this place is a lyric, so the hearts of all my listen is sitting in the night. I'm going to go back to my school. Oh nice, man, the trick is going. So, I'm going to go back. I'm going to go back out now. I'm going to go out now. Why not hitmarkers? Ich weiß auch nicht, auf welcher Streak wir sind von den Streaks her. Ich weiß nicht, was furchtlos für eine Medaille ist. Ich weiß, ich kenne mich mit der Medaille noch gar nicht aus, ich glaube, haben wir schon Nuklear? Vielleicht ist es echt gar nicht. Oh, die ist erst einmal vorbei gelaufen. Tötet den. Hat er mich getötet? Keine Ahnung. Boah, es ist echt schwierig, mit dem Loadstar hier zu spielen. Schön, Triple. Weiß nicht, es liegt aber noch, glaube ich. Das ist gut. Also der Loadstar kann schon gut abgehen, das macht auch mega Laune damit zu spielen. Na, komm schon. Das schießt ein bisschen langsam, ich weiß auch nicht, ob ich den richtig steuere. Und so. Wir sind echt immer noch am Leben, das ist mega sick. Und wir hätten dann noch ein bisschen Zeit. Und 190 Punkte vor dem nächsten Tor. Mal kurz aufpassen. Nein, schade. Also, müssen wir mal in die Kommentare schreiben, was ich jetzt hier für eine Streak hatte, denn ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht hat auch irgendjemand mitgezählt. Ich probiere jetzt noch alles vielleicht daraus noch ein 100 plus zu machen. Also. Boah, wie oh mein Gott. Nächster Heli raus, let's go. Tor haben wir auch nochmal, nice. Boah. Komm mal hier rein. Jawoll. Boah, scheiße, dann kann ich nicht mehr. Lass den Ball los, teammates. Sauber. So, Tor nochmal raus. Wo ist die Map? Hä, wo ist die Map? Ah, da. Nein. Ja, 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 das sieht gut aus. Ich lass hier mal in Ruhe, das ist gut, wenn die Gegner den Ball haben. Ich gucke ja nur die zu holen, die da drumherum spawnen. Ah, der Spawnschutz ist halt jetzt mies. Ich weiß echt nicht, wo ich hinschießen soll. Das ist ein bisschen Waste jetzt gerade. Loil. Alles klar, oder? Komm, schaff mir das 100 plus. Nein. 86 zu 12, okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe jetzt schon ein paar Clips gesammelt. Das heißt, ich werde, denke ich, dann am Donnerstag eine kleine Mini-Titch hochladen von der Beta mit meinen besten Clips. Einfach nur mit Musik. Ich bin kein Endeter, das wisst ihr. Aber einfach so ein bisschen auf die Musik geschnitten. Ich hoffe, euch wird die gefallen. Und ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. War dann ein bisschen Streak gebashed. Ich weiß jetzt nicht, was wir da für eine Streak hatten. Also schreibt es mir echt gerne in die Kommentare. Ja, IW finde ich sonst ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, wie das mit der Nuke ist. Das finde ich noch nicht ganz so gut. Ich hoffe, das wird noch irgendwie geändert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.